Hallo und herzlich Willkommen bei Weinverstehen leicht gemacht, dem Podcast für alle, die gerne mehr über Weine verabreden. Mein Name ist Florian Bolt, ich bin Weinakademiker und freue mich, dich heute bereits zur 16. Ausgabe von Weinverstehen leicht gemacht begrüßen zu dürfen und damit gleichzeitig auch zum fünften und letzten Teil unserer Süßwein-Serie und Abschluss stellt ja heute der Sautern und der Tokaia oder Tokai-Wein dar und somit würde ich auch durchaus sagen, dass diese beiden letzten Weine sowas wie einen kleinen Höhepunkt nochmal darstellen. Heute wird es wahrscheinlich ein bisschen länger, ich muss ein bisschen Hausmeisterei jetzt gleich noch am Anfang erledigen und dann habe ich erfreulicherweise auch den kaputten Eiswein erstattet bekommen von meinem Lieferanten von der letzten normalen Episode und ich dachte mir, wir verkosten dann den heute als Wein der Woche, dann fällt der quasi ein bisschen aus der Reihe und wir stellen dann den Eiswein, der jetzt aus grüner Weltlinie gemacht ist, nochmal der Kracher Cuvée gegenüber vom Neusiedler See und schauen dann, wie sich eine edelsüße Auslese gegen ein Eiswein auf seinem Höhepunkt macht. Hausmeisterei, wie gesagt, ganz kurz und knapp. Ich wollte euch nur Bescheid geben, dass ich mich jetzt doch wieder entschieden habe, bei Soundcloud auch die Podcasts reinzustellen. Das Angebot ist soweit kostenlos und ich möchte einfach jede Möglichkeit nützen, möglichst viele von euch zu erreichen und deswegen könnt ihr Freunden, die vielleicht auf Soundcloud unterwegs sind, auch nochmal an dieser Stelle auf meinen Podcast hinweisen. Ein weiterer Hinweis bezieht sich auf die Übersichts-Excel-Liste auf meiner Homepage. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gefunden habt oder euch auch angesehen habt. Auf meiner Homepage im Hauptmenüpunkt Podcast findet ihr einen Unterpunkt. Alle Weine und Bücher und dort findet ihr dann eine Excel-Liste, wo alle verkosteten Weine bisher oder alle beschriebenen Weine, also auch Wein der Woche aufgeführt ist, schön übersichtlich mit Jahrgangsangaben, Bezugsquelle, Rebsorte etc. und natürlich auch Episodenthema und diese Excel-Liste ist jetzt auch zweiseitig. Auf der zweiten Seite findet ihr dann die Auflösung der Abkürzungen. Dann ein dritter Hinweis bezieht sich noch auf die immer näher rückende Portwein-Messe von Axel Probst. Es ist ja jetzt schon Anfang Oktober. So gesehen ist das unsere diesjährige Oktoberfest-Ausgabe. Wir verkosten zwar kein Bier, aber ich bin ehrlich gesagt schon wieder ein bisschen erschrocken, wie weit das Jahr vorangerückt ist. Und deswegen bleiben mir jetzt auch gar nicht mehr allzu viele Folgen übrig, um nochmal auf die Portwein-Messe in Leverkusen am 29.11. hinzuweisen. Einige Hörer haben sich bei mir schon gemeldet, die die Messe besuchen möchten und Axel war in dem Interview so lieb und hat meine Hörerschaft angeboten, auf Zuruf Eintrittskarten frei zu verschenken. Ein paar Hörer haben sich bei mir schon gemeldet für die Freikarten und ich möchte euch jetzt einfach nochmal dazu aufrufen, wer sich ganz intensiv über Portwein austauschen möchte und mal eine Messe dazu besuchen möchte und mit den Experten von Angesicht zu Angesicht zu sprechen, dem sei die Portwein-Messe vom Axel eben am 29.11. ans Herz gelegt. Und die Sparfüchse unter euch können sich dann bei einem von uns beiden melden und kann dann die Messe auch noch kostenlos besuchen. Dann möchte ich mal wieder auf einen Hörerkommentar zu sprechen kommen. Und zwar, ich bin ja insgesamt schon sehr zufrieden und wie viel Rücklauf da ist. Es kann natürlich immer noch gerne mehr sein und vielleicht motiviert es auch euch, wenn der eine oder andere dann auch in der Sendung zitiert wird. Dieses Mal habe ich Frank ausgewählt. Der hat zwei Episoden auch auf meiner Homepage in den Kommentaren kommentiert und zum einen gab es eine kleine Ergänzung zu Müller-Thurgau und zum anderen hat er sich geäußert zu meiner Abhandlung über die verschiedenen Flaschenverschlüsse. Ich denke, ich lese euch jetzt einfach mal vor, was er mir geschrieben hat. Ihr könnt es auch nochmal auf meiner Homepage danach lesen. Lieber Florian, die Diskussion um den besten Flaschenverschluss ist ja fast schon eine Glaubensfrage geworden. Du bist offensichtlich ein starker Verfechter des Naturkorks. Allerdings sind die Schraubverschlüsse meiner Meinung nach nicht so negativ belegt wie dargestellt. Bei unserem Besuch fränkischer VDP-Weingüter haben wir doch einige erste Lagen mit Schrauber verkostet. Im deutschsprachigen Raum ist es mittlerweile ganz normal, auch hochwertige Weine in Schraubflaschen abzufüllen. Für die Weißen absolut unproblematisch, was die Reifung in der Flasche angeht, aber auch bei den Roten mehren sich die Stimmen, dass die Weine auch in der Schraubverschlussflasche gut reifen. Wer sich mit Winzern unterhält, wird auch sehr oft hören, dass durch den Schraubverschluss die Anzahl der reklamierten Weine erheblich abgenommen hat. Zu guter Letzt gibt es aber gute Nachrichten vom Naturkork. Ein neuer Presskork, der ohne Klebstoffe hergestellt wird, ist wohl sehr vielversprechend. Allerdings ist er verhältnismäßig teuer. Viele Grüße, Frank. Also zunächst mal ist das genau die Art von Kommentaren, auf die ich hoffe, weil die kritische Auseinandersetzung von meinen Inhalten, sage ich mal, davon profitieren wir alle am meisten. Und umso schöner ist es, wenn es dann fundierte Kommentare sind, wie in dem Fall von Frank. Ich hatte auch auf meiner Homepage dann sein Kommentar beantwortet. In aller Kürze möchte ich nochmal klarstellen oder nochmal deutlich machen, dass ich grundsätzlich eigentlich jedem Flaschenverschluss offen gegenüber bin. Meiner Meinung nach muss er halt zu dem Weinstiel passen. Und bei Roten, wie Franke auch durchklingen hat lassen, macht in vielen Fällen ein Nakturkork aus den genannten Gründen einfach mehr Sinn. Aber der Hinweis, dass in Deutschland sich immer mehr der Schrauber durchsetzt und auch das von Winzen unterstützt wird, das kann ich durchaus bestätigen und auch nachvollziehen. Allerdings möchte ich da nochmal die Brille der Hersteller aufziehen. Die haben natürlich absolut gar nichts dagegen, einen technisch leicht zu handhabenden, einen sehr dichten Korken, der kaum Ausschuss produziert und fehleranfällig ist zu verwenden, statt sich mit einem mehr oder weniger ausgeprägten Naturprodukt rumzuärgern. Soll heißen, der Trend zum Schraubverschluss ist natürlich von den Herstellern bereitwillig aufgegriffen worden und aus naheliegenden Gründen und somit werden sich viele Winzer dagegen nicht sträuben. Aber auch hier sei nochmal angemerkt, dass die ganz großen Qualitäten auch im Weißwein, also große Lagen etc. nach wie vor meines Wissens zu 99% mit dem Naturkorken versehen werden. Nichtsdestotrotz, ich freue mich lieber Frank auf deine Kommentare, die vielleicht nochmal in der Zukunft du an mich schreiben wirst und auch alle anderen Hörern seien an der Stelle nochmal darauf hingewiesen. Genau in so einem Stil, auch umfangreicher oder nur kürzer oder auch mit Themenwünschen einfach sich bei mir zu melden und dann werdet ihr vielleicht auch Eingang in die Sendung finden. Zu guter Letzt zur Hausmeisterei möchte ich heute auch das Gewinnspiel auflösen. Ich hatte ja in der vorletzten Sendung ein Gewinnspiel ausgelobt und zwar war die Frage, welcher italienische Fortified Wein, also aufgespritterter Wein, dem Madeira am nächsten kommt und das ist, wie einige Hörer mir geschrieben haben, selbstverständlich der Mars Salerwein. Ich habe ja euch gesagt, bei mehreren richtigen Antworten entscheidet dann das los und in diesem Fall ist es auf den Lukas aus Gießen getroffen. Der erhält von mir jetzt die Mini-Ausstattung, also den Karaffenreiniger mit ein paar Tischsets, Verkostungsnotizen und eben auch den Tischsets. Das nächste Gewinnspiel wird es dann im Laufe des Jahres nochmal geben und ich hoffe dann einfach beim zweiten Mal auf noch mehr Teilnehmern. So, ich würde sagen, das wäre jetzt genug der Hausmeisterei und der einleitenden Worte und wir starten wie gewohnt mit den drei Key Facts in das heutige Thema Sautern und Tokai. Die drei Key Facts der heutigen Episode sind erstens Sautern, besteht aus Semillon und Sauvignon Blanc, manchmal zu kleinen Teilen noch aus Müscadell. Zweitens, die Klassifikation von 1855 bezieht sich auch auf die Gemeinde oder die Appellation Sautern und einzig das Chateau de Quem ist als Premier Grand Cru Superior klassifiziert worden und drittens bezüglich der Tokaia-Weine. Der ist einer der bedeutendsten und traditionsreichsten Weine der Welt und das bezieht sich insbesondere auf die Qualitätsstufen Achou und Essentia. Als Vorbereitung für die heutige Verkostung kommt wie immer unsere Standardausstattung zum Tragen. Einmal eine weiße Unterlage, ein geruchsneutrales Verkostungsglas. Heute reicht auch eines, weil die Weine ich heute getrennt voneinander verkosten werde und auch jeweils vor die Verkostung den Theorieblock direkt vorweg stellen möchte, weil es thematisch eigentlich weniger Gemeinsamkeiten oder Schnittstellen gibt bei diesen beiden Weinen. Sie haben zwar beide Edelfäule, aber ich möchte ein bisschen mehr heute dazu erzählen und damit das dann thematisch in einem Block ist, wird es dann Theorie, Verkostung, Theorie, Verkostung geben. Ein Glas reicht, wie gesagt, eine helle Unterlage, den Spickzettel für die Verkostung, einen Korkenzieher und die Weine sollten, wie es üblich ist im Weißweinbereich, im Süßweinbereich, gekühlt auf dem Tisch kommen und die ideale Trinktemperatur ist da auch um die 10 Grad. Anfangen möchte ich heute mit dem Sauternwein und wie gesagt, vorneweg ein paar Basisinformationen. Sautern ist eine Gemeinde in der Anbauregion Bordeaux. Das heißt, wir befunden uns heute im Südwesten Frankreichs und das dortige Weinbauzentrum ist benannt nach der großen Stadt Bordeaux und ein bisschen im Oberlauf, das heißt flussaufwärts gesehen von Bordeaux, das befindet sich die Gemeinde Sautern, die Namensgeber war für die Süßweinappellation gleichen Namens. Die Süßweine entstehen dort mit einer großen Regelmäßigkeit und Verlässlichkeit, weil dort der relativ kühle Gebirgsfluss Siron von den Pyrenäen durch das kleine Gebiet fließt und mündet dort in die verhältnismäßig warme Garonne und diese Temperaturdifferenz ermöglicht verlässlich und kalkulierbar die Nebelbildung. Und die Nebelbildung, hatte ich ja beim letzten Mal schon erzählt, ist die Grundvoraussetzung, dass der Weinberg oder die Rebanlage von der Edelfäule befallen wird. Dazu darf es aber nicht zu feucht werden und die Trauben müssen jeden Tag abtrocknen, damit sie nicht verrotten, sondern eben die gewünschte Edelfäule eintritt. Und das ist eben durch das Zusammenspiel der beiden Flüsse im Sotern regelmäßig der Fall. Kleine Ausnahmen waren beispielsweise das Jahr 1978 und 85 und daran erkennt man schon, wie regelmäßig und verlässlich die Edelfäule einsetzt, dass nur wirklich einzelne Jahrgänge nicht zur Verfügung für die Produktion des edelfaulen Soterns. bereitstehen. Die Rebsorten, wie gesagt, die dort angebaut werden, sind Semillon. Das ist eine weiße Rebsorte, die besonders anfällig ist für die Edelfäule, weil sie eine dünne Schale hat und auch von der ganzen Traubenstruktur her es begünstigt. Und deswegen wird die auch zu 70, 80 Prozent in den Cuvées verwendet. Die zweitwichtigste ist der berühmte Sauvignon Blanc, der dem ganzen Cuvée dann noch die gewünschte Säure hinzufügt. Und in manchen Weinkellern und Jahrgängen wird noch ein kleiner Schuss Muscadel hinzugefügt, der dann vielleicht noch die Aromatik ein bisschen abrunden soll. Die Appellation Sotern umfasst insgesamt fünf Ortschaften. Sotern aus Namensgeber. Basak, immer ein Örtchen, gut für preisgünstige oder sagen wir mal Süßweine mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Reynack, Bomm und Fargü. Ich hoffe, ich spreche das halbwegs richtig aus, weil nämlich aus dem letzteren der Orte auch unser Sotern heute herkommt. Es gibt Auflagen, Mindestalkohol, Gehalt sind 13 Prozent. Und der maximale Ertrag beträgt 25 Hektoliter pro Hektar. Also es ist schon sehr, sehr gering. Das ist auch der erste Indikator dafür, dass die Weine auch relativ teuer sind. Nach oben hin keine Grenze. Das berühmte Chateau du Kemp, das wie gesagt als einziges Premiergrüß Superieur ist. Ja, man kann schon sagen, es ist eigentlich der teuerste Wein der Welt. Liegt auch daran, dass, wie ich schon häufiger gesagt habe, und der Grund ist, warum die Miniserie auch Weine für die Ewigkeit heißt, der Chateau du Kemp ist qualitativ natürlich nicht von dieser Welt. Und die Langlebigkeit sorgt dafür, dass auch zum Teil Weine mit 150 Jahren immer wieder zur Auktion bereitstehen. Ich war mal in Wien bei einer Veranstaltung für die Weinakademiker. Dort sind wir in dem Palais Coburg damals gewesen. Und seinerzeit hatte der Inhaber des Hotels dort noch drei Weinkeller insgesamt. Schon mal nicht schlecht, würde ich sagen. Aber er hatte auch einen eigenen kleinen Keller nur für Chateau du Kemp. Und das hat schon fast was kirchenähnliches gehabt oder Altarmäßiges. Auf jeden Fall war das so ein halbrunder Raum hinterleuchtet und dort waren alle Jahrgänge. Ich glaube, das ging zurück bis den 1870er Jahre ohne Ausnahme inklusive aller Kometen Jahrgänge und war natürlich ein schönes Farbenspiel mit den unterschiedlichen dunklen Bernstein-Tönen von Jahrgang zu Jahrgang und hat schon was Sakrales gehabt und man wäre fast auf die Knie gerne gefallen vor diesem Gebetsraum für Süßwein. Und das Chateau du Kemp ist würde ich sagen eines der teuersten Weingüter. Es ist der teuerste Wein überhaupt. Also Flaschenpreise jenseits von 10.000 Euro sind da keine Seltenheit für die alten Jahrgänge und die können sich auch den Luxus zum Beispiel leisten nicht jedes Jahr ihren Wein auf den Markt zu bringen sondern sie behalten sich das vor nur für die besten Jahrgänge um ihren Ruf nicht zu schaden. Ein kleiner Seitenhieb es kam mal die Idee auf in für weniger anspruchsvolle Hersteller hätte ich jetzt fast gesagt die schlechteren feuchteren Jahrgänge zu retten. Dort hat man dann versucht mit Hilfe der sogenannten Kryo-Extraktion den Wein aufzukonzentrieren und das Ergebnis in Weinberg durch die Edelfäule nachzuvollziehen hat was eher von Eiswein sprich die Trauben werden eingefroren und damit gefriert das Wasser und es kommt zur Aufkonzentration aber wie ich euch beim letzten Mal schon gesagt habe die Botrytis sorgt ja auch für ihren Stoffwechsel durch ein anderes Aromaspektrum insofern ist die Kryo-Extraktion zum einen sehr teuer dass es sich kaum lohnt und zum anderen wird man auch kaum den Stil durch die natürliche Edelfäule nachempfinden können ich würde sagen das reicht zunächst mal aus Theorie und wer es genauer wissen möchte findet auf meiner Homepage dann auch die entsprechenden Links zu den Hintergrund Informationen dort eben auch wieder der Link auf Wikipedia für den Einstieg in die Soternweine dann würde ich sagen widmen wir uns den Wein an sich und schauen uns zunächst mal die Flasche an die Farbe ist schon mal auffällig wir hatten ja wir haben hier ein 1997 also sprich der Wein ist bereits 22 Jahre alt und entsprechend dunkel fällt auch schon die Farbe aus das ist ein Orange vielleicht Bernstein von kräftiger Farbe und auf dem Etikett steht hier auch Deuxième Grand Cru Glacé en 1855 das kann ich nicht auf Französisch aussprechen und die Herkunft steht hier eben auch die Ortsappellation Sotern drunter steht der Jahrgang und Château Lamotte Guignard und der Wein hat 14,5% dem fehlt auch das Rückenetikett das finde ich auch spannend weil man eben dort entsprechend von sich überzeugt ist dass es keinerlei weitere Informationen benötigt deswegen reduziert man sich auf das nötigste auf dem Frontetikett dann machen wir mal die Flasche auf die hat eine ganz übliche Kapsel schön in Gold gehalten um den hochwertigen oder luxuriösen Anspruch der Süßweine da vielleicht ein bisschen noch zu unterstreichen Naturkorken selbstverständlich auch hier nochmal der kleine Seitenhieb zu unserer letzten Diskussion also hier würde man sicherlich nie auf die Idee kommen einen Schraubverschluss auf einen Sauternwein zu schrauben so dann schauen wir mal zack ja ich rieche mal an den Korken der ist bei mir jetzt ein bisschen bräunlich unten aber er ist noch sehr elastisch und ich würde mal sagen das ist ganz normal mache ich mir jetzt mal keine Sorgen zu dem Wein und schenke jetzt mal ein Schlückchen ein freue mich da schon ja also rein optisch schon mal natürlich ist der Wein klar das erwartet man so und soll auch so sein die Viskosität ist erstaunlich flüssig dünn flüssig das soll jetzt aber noch gar keine Qualitätseinschätzung sein es ist nur mal eine normale Feststellung ich bleib bei den Bernstein Farben der wässrige Rand ist ziemlich ausgeprägt meiner Meinung nach ja liegt am Alter wie gesagt je breiter der wässrige Rand ist desto älter ist grundsätzlich der Wein dann riechen wir mal rein oh ja herrlich also als erstes kommt mir Bienenwachs in die Nase das riecht fast schon wie diese handgemachten weihnachtlichen Kerzen die man dann kauft die aus echten Bienenwachs sind Trockenfrüchte Aprikose auch wenn man was schwenkt das ist eine richtige Geschmacksexplosion es ist schon echt intensiver Stoff hier der Alkohol mit 14,5 kommt auch ein bisschen zum Tragen jetzt jetzt sage ich mal das Reizwort Klebstoff das assoziiert man natürlich jetzt nicht unbedingt vorteilhaft aber man hat das immer wieder mal dass man sagt der Wein hat jetzt klebstoffartiges das kommt einfach durch den Alkohol und auch die Ester Verbindungen die manchmal sich im Wein bilden über die Jahre hinweg ist aber nicht so schlecht konnotiert wie es für euch vielleicht jetzt klingen mag das ist einfach eine Assoziation und das geht aber jetzt auch dann relativ schnell weg das ist ganz normal der Trockenfrüchte ich habe vielleicht Aprikose habe ich schon gesagt da ist aber auch noch Ektropisches mit dabei ja ist schwierig jetzt für mich ehrlich gesagt zu benennen das ist ein sehr breites Aromaspektrum durchaus komplex aber ich bin auch noch ein bisschen angeschlagen muss ich euch gestehen wir kränkeln nämlich weil wir Kindergarteneingewöhnung haben und da kamen gleich die ersten Viren mit nach Hause dann probieren wir mal den Wein also im Mund ist der Wein eher dünnflüssig er hat jetzt nichts von dieser sirupartigen Konsistenz ist relativ lang im Mund der Alkohol ist durchaus spürbar und die Edelfeule zeigt sich auch wieder relativ schön durch den Orangenschalen Geschmack also die ich würde sagen es ist ein relativ typischer Sautern so wie man ihn eigentlich erwartet man kann ihn auch durchaus jünger trinken dann ist er vielleicht noch mehr auf der fruchtigen Seite unterwegs aber das wachsige Aroma kommt eben auch durch den Semillon noch dazu das ist typisch für die Rebsorte die Orangenschale plus Wachs plus der ausgezeichneten Länge der des Druckes der Aromen leichten Hang zum tropischen exotischen aber trockene Früchte stehen für mich im Vordergrund kann man sich jetzt auch eine Dattel reindenken der lange Abgang ist eigentlich das was man jetzt von einem Sautern normalerweise erwartet und auch hier im Glas bekommt und in diesem Fall auch für 22 Euro immerhin eine große Flasche die werden auch gerne in halben Flaschen verkauft denke ich ist man jetzt hier eigentlich preis-leistungsmäßig ganz gut aufgehoben ein kleiner Tipp Chateau die Chem kann sich kein Mensch leisten war eine sehr gute Alternative ist auch Premier Cru klassifiziert ist das Chateau Riosec aus Sautern und das ist eigentlich mein Favorit unter den Sautern Weingütern immer wenn man sich mal was schönes gönnen möchte da kostet dann die halbe Flasche 40 50 Euro gibt es auch häufiger im Restaurant das finde ich kann man sich schon mal zum gegebenen Anlass leisten und das ist für mich eigentlich so das beste Preis Preis Leistungs Verhältnis was man aus dem Sautern bekommen kann aber den Wein finde ich jetzt auch sehr schön und für die 22 Euro auf jeden Fall sein Preis wert und immerhin ist er ja 22 Jahre alt und gerade in dem Bereich hat man da die Möglichkeit natürlich auch mal älteren Wein zu trinken Dann kommen wir jetzt zu unserem zweiten Wein den berühmten Tokaja Wein ich möchte euch nicht allzu viel verraten auch wenn es jetzt ein bisschen was auf die Ohren gibt theoretisch aber nächste Episode wird ja das Interview sein mit Beata Keschler einer Ungarin und Bekannten von mir die in dieser Richtung ausgewiesene Expertin ist aber ein bisschen was möchte ich euch schon vorab erzählen und ich werde das dann beim nächsten Mal mit Beata nochmal im Detail vertiefen Tokaj zunächst mal ist einer der ältesten und traditionsreichsten Weine überhaupt und hat über die letzten Jahrhunderte schon immer eine große Strahlkraft gehabt das war mal mehr und mal weniger aber es war sicherlich einer der begehrtesten Weine auch an den großen Königshäusern in der Vergangenheit und der Wein wurde damals zum Beispiel auch König der Weine und Wein der Könige genannt Oft ist es zwar so dass in der Weinwelt überschwänglich von dem eigenen Produkt berichtet wird aber nichtsdestotrotz denke ich kann man hier schon daran sehen welchen Stellenwert dieser Wein genossen hat an den Königshöfen die Strahlkraft haben sich in der Vergangenheit auch andere Anbauregionen zunutze gemacht Tokay als Begriff ist man immer wieder drüber gestolpert zum Beispiel im Alsace dort wird Tokay de Alsace der Grauburgunder genannt oder auch im Friaul Tokay Friauli das sind jetzt aber alles Geschichten die verboten sind weil seit 2007 bestehenden Namenschutz zu Recht meiner Meinung nach für diesen ganz besonderen Wein aus Ungarn die Tradition erkennt man auch daran dass das Tokay Gebiet weltweit die erste Lagenklassifikation eingeführt hat und Qualitätsstufen beschrieben hat da waren sie sogar den Franzosen zumindest an der Stelle ein Stückchen voraus und das Gebiet an sich befindet sich ganz im Nordosten Ungarns und reicht zum Teil sogar noch ein bisschen auf die slowakische Seite hinüber Namensgeber für die Region ist die kleine Stadt Tokay die auch glaube ich das wirtschaftliche Zentrum an der Stelle ist und es zieht sich entlang des Tokayges Birge und hat ungefähr Ausmaße von 90 auf 5 Kilometer also ein relativ kleines Gebiet was aber durch die Topografie eine klimatische Nische hat und auch hier fließt wieder Einfluss um genau zu sein sogar zwei Details und der Botrock und auch hier ist es wieder das Wasser der Flüsse die verlässlich zu der Bildung der Edelfäule führen angebaut werden im Prinzip nur weiße Rebshorten an erster Stelle ist der Furmind genannt der ungefähr 70% der Anbaufläche einnimmt das ist eine autochtone Rebshorte aus Ungarn sprich die kommt dort ursprünglich her und wurde bereits im Mitte des 17. Jahrhunderts erstmals erwähnt und er zeichnet sich dadurch aus dass er eine kräftige Säure hat die ja im Süßwein gewünscht ist um die Balance zu dem sehr hohen Restzucker Gehalt herzustellen und er bildet eben auch hohe Zucker Gehalte und somit einen hohen potenziellen Alkohol was eben auch gerade für den Turkeiwein sehr gewünscht ist die zweite Rebsorte ist jetzt hoffe ich dass ich das richtig ausspreche weil ich bin natürlich auch dem ungarischen nicht mächtig Harsch Levelü heißt sie und auf deutsch heißt das die Lindenblättrige also der Namensgeber war hier die Blattform der Rebe und die macht ungefähr 25 Prozent der Anbaufläche aus und zeichnet sich verantwortlich für den Duft und das Aroma dritte Rebsorte ist der gelbe Muskatella der hat eine dicke Schale und deswegen auch sehr unanfällig gegenüber den der Edelfäule ist aber eine sehr aromatische Rebsorte sodass er für ein Quäntchen an Blumigkeit oder Parfum verwendet wird und die vierte erwähnenswerte Rebsorte ist die Ceta die früher Oremus hieß genau wie das Weingut von dem unser Tokaia heute kommt die Herstellung das ist eigentlich das wirklich Spannende am Tokaia Wein Im Grunde ist es beispiellos so in der Art und Weise wird es eben nur im Tokaia gemacht was den Wein eben auch seine Besonderheit denke ich verleiht Im Grunde geht es auch hier wieder um die stark befallenen Trauben der genannten Rebsorten mit der Edelfäule der Petritis Cineria und die Handlese findet meistens im November in mehreren Durchgängen statt also extrem arbeitsintensiv was eben an letzten Endes auch schon mal ein kleiner Hinweis ist auf den Preis die man für sowas zu zahlen hat dazu kommt noch eine ausgeprägte Grünlese sprich man dünnt das Lesegut bereits während der Vegetationsphase im Juli August aus damit die ganze Kraft des Rebstockes in die wenigen verbliebenen Trauben hineingelangt und damit erreicht man eine Ertragsreduzierung und Qualitätssteigerung grundsätzlich wenn man von Türkei spricht meint man eigentlich die oxidativ ausgebauten Weine und da gibt es drei Hauptgruppen die wir mal ganz kurz anschneiden nächstes Mal gibt es dann mit Beata eben was in größerer Detailtiefe der Schamarotni Wein den wir heute hier probieren werden ist der günstigste und einfachste der edelfaulen Trauben Weine und Schamarotni heißt so gut wie ebenso wie er gewachsen ist damit meint man dass bei der Verarbeitung für diesen Wein nicht nur handselektierte edelfaule Trauben verwendet werden sondern eben auch in Anführungszeichen gesunde Beeren und damit ist die Konzentration der Botrytis Aromatik in diesem Wein nicht allzu groß oder nicht so hoch wie bei den höherwertigeren Qualitäten aber dadurch ist der Wein auch einfach günstiger aber in sehr guten Jahren kann man auch mit Schamarotni auf ein Qualitätsniveau kommen was ungefähr drei Putonius bei den Asu Weinen entspricht was sind die Asu Weine das ist eigentlich jetzt die die Hauptweinart sag ich mal um die es dort geht Asu ist eigentlich ein Wein der zunächst mal aus einem alkoholstarken Grundwein gemacht wird und dort kommen die zu einer teigartigen Masse verarbeiteten edelfaulen Trauben hinzu das wird dann gemeinsam eingemalscht für zwei bis drei Tage wird dann abgepresst und in die sogenannten götscher Fässer mit einem Volumen von 136,5 Liter gefüllt das ist einfach das Fassmaß was dort im Turkei verwendet wird und genau wie im Schere Bereich was dann unser nächstes Thema sein wird werden die Fässer zu vier Fünftel befüllt sodass an der Oberfläche der Flüssigkeit sich die sogenannte Florhefe bilden kann und damit bleibt der Wein vor übermäßigen Sauerstoff Kontakt geschützt dort bleibt er dann zwei bis drei Jahre liegen bis er dann letzten Endes abgefüllt wird die Putonius Angabe das heißt auf Deutsch Bütten das sagt letzten Endes aus wie viel Kilogramm der edelfaulen Maische dem Grundwein hinzugefügt wird und da gibt es eben drei vier fünf sechs bis sieben drei Putonius Einstiegsqualität hat 60 bis 90 Gramm Restzucker pro Liter also schon sehr süß und sieben Putonius geht dann hoch bis 250 Gramm Restzucker pro Liter Alkohol das ist aber noch nicht das Maximum dem Vogel schießt die sogenannte Essenze ab dessen auch Asutrauben sprich die edelfaulen Trauben dort nimmt man den ungepressten Vorlauf also man schüttet oder man verteilt die hochwertigen Trauben auf einem Gitterboden und lässt quasi nur durch das Eigengewicht den ersten allerersten Saft ablaufen das ist dann fast schon was sirupartiges und das ist dann eben die Essenz und daraus wird in den besten Jahren dann auch der Wein gemacht durch den hohen Zuckergehalt startet die Gärung dort sehr sehr schleppend und langsam entsprechend früh kommt die Gärung auch zum Stoppen man hat dann in der Regel nur 6% Alkohol und die Gärung dauert oft mehrere Jahre der Ertrag ist absurd gering also man hat hier ein Liter wohlgemerkt ein Liter pro Hektar Anbaugebiet das ist so gut wie gar nichts entsprechend hoch sind die Preise also es werden dort ohne Probleme auch drei bis vier stellige Preise verlangt und bei einem Liter pro Hektar ist es auch absolut nachvollziehbar gepaart mit dem Risiko und der langen Herstellung kommt dann eben ein entsprechend hoher Preis raus das Ergebnis ist dann ein Wein der alle Grenzen sprengt wir haben hier ein Restzucker Gehalt von bis zu 600 Gramm pro Liter und das Ganze wird abgemildert oder ausgeglichen ausbalanciert durch beispielsweise 20 Gramm Säure was auch exorbitant hoch ist wenn man sich vorstellt ein normaler Riesling Spätlese was ja schon aus sehr Säure betont gilt bewegt sich oft so bei 7 8 9 Gramm Säure und hier haben wir nochmal das Dreifache an Säure drin gut jetzt soviel zur Theorie wenden wir uns unserem Tokai Shamorotni zu wir schauen uns zunächst mal wieder die Flasche an eine halbe Flasche es sind also ein halber Liter keine halbe Flasche ein halber Liter 500 Milliliter die Farbe ist deutlich heller wie beim Sortieren ich würde sagen das ist hier ein Goldgelb vorne auf dem Etikett steht das Weingut Oremus die Qualität Shamorotni auch hier ein Jahrgang 2014 und ganz klein drunter steht noch Tempos Vega Sicilia da musste ich jetzt erstmal selber staunen weil Vega Sicilia ist ja einer der ganz großen Weingüter aus Spanien wer meinen Instagram Account mitverfolgt oder auf Facebook hat der gesehen dass ich letztes Jahr im Spanien Urlaub mir eine Flasche Unico das ist einer der Leuchtturmweine aus Spanien gegönnt habe der eben auch von Vega Sicilia ist und ich wusste jetzt gar nicht dass die auch in Ungarn quasi tätig sind aber Vega Sicilia hat eben das Weingut Oremus in Ungarn gekauft und deswegen stehen die da auch vorne mit auf dem Etikett hier gibt es wieder ein Rücken Etikett Shamorotni gibt es grundsätzlich in trocken und süß hier steht eben Etikett Sweet hinten drauf das ist ja das was wir heute trinken wollen und 13% Alkohol dann öffnen wir die Flasche auch hier wieder ein Natur Kork auch nicht anders zu erwarten das fände ich jetzt ich muss nochmal auf die Diskussion eingehen aber das fände ich jetzt tatsächlich komisch einen dermaßen traditionsreichen und namhaften Wein Süßwein mit Schraubverschluss zu haben das würde mich dann doch irgendwie wundern und auch ein bisschen stören so der Wein ist natürlich klar ich sehe so gut wie keinen wässrigen Rand die Viskosität ist auch mittel würde ich sagen bisschen dicker kommt es mir vor wie jetzt bei dem Sautern gerade riechen wir mal rein ja deutlich weniger Botrytis Aromatik das liegt jetzt an der Herstellungsmethode hier war ein Teil eben nicht befallen aber der honigartige Geruch kommt auch wieder zum tragen die Orange ist nicht ganz ausgeprägt schwenken wir mal das Glas ja da zeigt sich dann schon noch mal deutlicher jetzt gibt er noch mal richtig Gas hier im Glas auch hier wieder trockene Früchte Wachs Honig bisschen Papaya vielleicht dieses Mal aber es ist auch wieder hier das Hauptaugenmerk ist eben dieses ganz kräftig süße getrocknete Früchte dann probieren wir es noch mal ja auffällig hier ist eben zunächst mal im direkten Vergleich der deutlich höhere Säure Gehalt was den Wein insgesamt ein bisschen schlanker eleganter daherkommen lässt wie den Sautern im Mund hat man deswegen auch mehr Assoziationen zu einer leichten Citrus Aromatik da würde ich jetzt auch tatsächlich sagen so ein bisschen gesüßte Zitrone plus die getrockneten Früchte das Wachsige kommt im Mund nicht ganz so stark zum Tragen Aprikose Aprikose Weinbergs Pfirsich mittler mittlerer Körper Alkohol ist bestens integriert der Abgang ist auch hier schon lange bleibt relativ gut im Mund haften ja durchaus lecker also ich meine im direkten Vergleich wüsste ich es jetzt nicht ich glaube der Sautern würde mir als Essensbegleiter vielleicht besser gefallen da wollte ich euch auch noch sagen eine ganz geile Kombination ist ein Sautern mit einem Blauschimmelkäse ein Roquefort zum Beispiel das passt zwar von der Theorie überhaupt nicht zusammen aber in der Praxis ist es einfach ein totales Gedicht diese Blauschimmelkäse mit seinem extrem krassen Aroma mit dem Sautern zusammen das ist einfach ein Gedicht und hier bei dem Tokay ich probiere ihn nochmal kann man auch mal so einfach trinken wenn man Lust drauf hat weil er jetzt nicht so überbordend ist aber der würde jetzt sich auch zum leichten Nachtisch vielleicht mit einem Aprikosenspiegel irgendeine Creme oder Joghurt mit einem Früchte Spiegel würde der sich zum Beispiel ganz gut passen dazu gesellen wenn der Nachtisch nicht ganz so süß ausfällt also wir haben hier durchaus unterschiedliche Geschmacksrichtungen auch Intensitäten auch die Körper sind deutlich unterschiedlich auch der Alkohol ist unterschiedlich ich freue mich schon auf die nächste Episode wenn ich mit Beata nochmal zwei Tokai Weine verkosten werde wo dann eben auch ein Asu mit dabei ist und da bin ich doch dann sehr gespannt wie ein reiner edelfauler Wein aus Ungarn schmeckt Ich würde mich freuen von euch wieder Feedback zu bekommen wie euch die Weinauswahl geschmeckt hat ob euch die Weine konkret selber zugesagt haben und freue mich auf jedes Feedback bezüglich der Weine und dann machen wir weiter mit der Buchempfehlung Die Buchempfehlung zur heutigen Episode bezieht sich auf die Klassifikation im Bordeaux von 1855 Ich hatte euch ja vorhin schon ein bisschen was dazu erzählt Es ist ein Thema für sich da werden wir in einer zukünftigen Frankreich Episode oder mehreren Frankreich Episoden noch des öfteren drauf zu sprechen kommen Das ist eine Welt für sich und auch relativ kompliziert und heute hatten wir quasi den ersten Wein bei Weinverstehen leicht gemacht der unter diese Klassifikation fällt und deswegen als kleinen Vorgeschmack für dieses nicht ganz leicht zu verstehende aber dennoch wichtige Thema der Klassifikationen in Frankreich empfehle ich euch heute das Buch von Hugh Johnson mal wieder er ist einer der herausragenden Weinredakteure und Literaten und hat ja schon auch mit Jancis Robinson der anderen Göttin in der Weinwelt viele Bücher verlegt und dieses Buch ist auch wieder auf Englisch das ist nochmal so vieles der Fachliteratur im Weinbereich ist auch auf Englisch und nennt sich Bordeaux Concru Classe 1855 Wine Chateau of the Meddog and Sautern und dort wird eben die Klassifikation beschrieben und auch die Weingüter das Buch ist bei Amazon über meinen Affiliate Link wieder zu beziehen und kostet ausgebundene Ausgabe 38,20 Euro hat 264 Seiten ist 2017 erschienen und soweit ich das beurteilen kann von dem Hugh Johnson ein absolut zu empfehlendes Standardwerk wo eben diese Klassifikation durchgekaut wird und man danach sich sicherlich aus Experte schätzen kann so dann kommen wir zum Wein der Woche und wie gesagt heute in einer spezielleren besonderen ausgefallen Variante und zwar wir hatten ja wie gesagt bei der letzten Episode über die edelsüße Auslese und den Eiswein ein bisschen Pech mit dem Wein der Eiswein war ja oxidiert kaputt eigentlich nicht mehr zu genießen geschmacklich ja sehr nahe am Sherry dran den Eiswein hatte ich ja damals in der Online oder Internet Boutique Weinhandel Barrique eingekauft ich hatte wie euch angekündigt mich an den Inhaber gewendet und habe ihm von meinem Schicksal erzählt und nach einem kurzen Telefonat mit seiner Kollegin hat Herr Raber mir ohne Muren eigentlich den Wein erstattet mir einen Ersatz geschickt das dann leider kein Weltschriesling Eiswein war sondern jetzt ein deutlich jüngerer und er hat selber aus seinem Bestand zwei Weinflaschen noch aufgemacht von dem kaputten Eiswein und konnte meinen Eindruck bestätigen und das finde ich eigentlich immer eine schöne und deswegen erwähne ich es jetzt auch extra und positiv dass wenn man in einer ernsthaften eine Weinhandlung mit gewissem Anspruch seine Weine kauft ist es in aller Regel auch seltenst ein Problem wenn eine Flasche mal kaputt sein sollte dass man miteinander sprechen kann und in den meisten Fällen auch erstattet bekommt und in diesem Fall war es eigentlich sehr unkompliziert und angenehm vielen Dank nochmal an Herrn Raber von Barrique Weinhandel über den unkomplizierten Austausch des Eisweins dann eine etwas unschönere Seitenschwenk wie gesagt der Eiswein ist heute vom Winzer Türk und aus Grünwelt Lina gemacht meine Tante ist leider Anfang oder Mitte September urplötzlich verstorben und sie war eine leidenschaftliche grüner Welt Lina Trinkerin und ich habe es dann irgendwie als Wink des Schicksals begriffen oder aufgefasst dass den Eiswein den ich dann quasi kurz nach ihrem Tod zugeschickt bekommen habe ausgerechnet ein grüner Welt Lina ist insofern möchte ich dann in Gedenken an meine liebe Tante die einer der nächsten Verwandten von mir war widmen und liebe Maggie die Flasche Eiswein grüner Welt Lina trinke ich dann in dein Gedenken gut dann schauen wir uns wie immer erstmal die Flasche an es ist auch eine halbe Flasche aus 375 Milliliter aus Niederösterreich das ist ja das größte und mengenmäßig wichtigste Anbaugebiet Österreichs und der Eiswein ist aus 2016 und geerntet am 7. Januar oder Jänner wie man in Österreich sagt 2017 bei minus 11 Grad also Leute das ist total extrem wenn man sich normalerweise vorstellt die Weinlesen beginnen immer früher wir reden ja von Ende August Anfang September und diese Weinreben bleiben dann vier Monate länger am Stock bis ins nächste Jahr ohne kaputt zu gehen das ist einfach ein totaler Glücksfall wenn das Wetter so stabil ist damit die Bären gesund bleiben können ich würde sagen ich habe mir noch einen Schluck von der edelsüßen Auslese vom letzten Mal aufgehoben ich probiere die jetzt einfach mit euch zusammen nochmal in aller Schnelle um nochmal den Geschmack irgendwie aufgreifen zu können um den direkten Vergleich zu haben ja die Flasche ist ja jetzt auch schon glaube ich zwei Wochen offen im Kühlschrank und es hat ein bisschen an dieser überbordenden Opulenz aber der Wein ist nach wie vor total vital lebendig hat natürlich jetzt die ganz große Fruchtigkeit nicht mehr am Start aber erstaunlich wie gut sich der Wein gehalten hat ja auch am Gaumen es ist jetzt nicht mehr der ganz große tropische Früchtekorb aber das Schöne ist die wachsigen Noten auch die Orangenschalen oder die Zesten dass er das typische Aromaprofil für edelsüße Weine ist zeigt sich jetzt fast noch deutlicher nach wie vor ein super Wein ganz klassisch für edelsüße auslesen so dann kommen wir jetzt endlich zu dem Eiswein auch diese Flasche hat einen Schraub Verschluss nochmal ein kleiner Seitenhieb an Frank also mich stört überhaupt nicht ich bin aber trotzdem ehrlich gesagt ein bisschen überrascht dass es bei Eiswein auch ist aber die Reife im Eiswein spielt natürlich jetzt nicht die ganz große Rolle lang halber soll er generell sein und insofern macht es vielleicht auch dann durchaus Sinn dann öffnen mal die Flasche mal ja von der Viskosität im Glas schaut schon ein bisschen dicker aus und von der Farbe her ja wir haben wieder ein mittleres Goldgelb oder geht schon leicht in Bernstein Farben hinein ja von der Nase her ja Opulenz ist auch hier das was mir einfällt was eigentlich auf die meisten Süßweine ja irgendwo zutrifft aber es ist eine sehr fokussierte Nase eine saubere Nase eine eine fruchtbetonte Nase im Sinne von dass hier einfach die Rebsorte im Mittelpunkt steht und auch eine gewisse Zitrusfrische schon hat aber auch hier wieder getrocknete Aprikosen ja getrocknete Früchte im Allgemeinen kann man sich jetzt auch eine getrocknete Ananas vorstellen macht richtig Lust hier ja also einfach unglaublich lecker ich hoffe ich habe euch ja jetzt schon fünf Sendungen strapaziert hier mit Süßweinen ich hoffe den einen oder anderen konnte ich bekehren oder überzeugen dass das einfach ganz ausgezeichnete Weine sind mit einer großen Handschrift und einfach von handwerklicher Kunst sprechen und sowas ist einfach lecker also naja ist auch ein idealer Dessertbegleiter aber man kann es auch einfach so trinken ich finde es einfach geil naja auf jeden Fall die Frucht ist hier konzentrierter scharfsinniger nicht ganz so breit wie in der Cuvée aufgestellt durch die hohe Säure bitzelt der Wein sogar ein bisschen auf der Zunge der ist super frisch die Säure ist ein sehr gutes Gegenstück zu dem hohen Zuckeranteil die Viskosität ist leicht erhöht das macht den Wein auch vom Körper her mittel plus würde ich vielleicht sagen aber alles in allem ist das Gesamtprodukt einfach vorzüglich die Länge extrem lang von der Frucht hat man sehr sehr lange noch was lecker oder die Flasche wird den Abend heute nicht überstehen die Aroma Intensität sehr ausgeprägt die Aromatik wiederholt sich wir haben auch hier wieder das getrocknete Steinobst Aprikose ein bisschen Ananas würde ich auch sagen ein bisschen Birne noch und die Säure mit dem Bitzeln jetzt kann nicht sein dass ich mir das einbilde aber ich denke der Anflug des typischen Pfeffers wie der Österreicher sagt beim grünen Edwina das ist das was ihn ja sensorisch maßgeblich vom Riesling unterscheidet ist der weiße Pfeffer in der Aromatik und ich finde die hat sich hier auch noch in den Wein gehalten und in die Flasche also ich würde sagen schon wenn ein Hörer unter euch ein ausgewiesener Eiswein Experte ist bin ich mal würde mich interessieren ob diese leichte Schärfe die man jetzt hier verspürt vielleicht vom grünen Wettliner und seinem Pfefferl kommt oder ob das ein Ausdruck einfach der prägnanten Säure beim Eiswein generell ist der Wein kostet auch 17 Euro und wie gesagt für in Anbetracht der super geringen Erträge der Qualität hier und des Trinkenspaßes ist es aller Euro wert und natürlich ist es jetzt in dem Sinn kein Alltagswein den kann man sich aber auf alle Fälle mal gönnen wenn ihr was zu feiern habt oder eine Weinbegleitung fürs Dessert braucht seid ihr hier auf jeden Fall richtig aufgehoben mich würde freuen wenn ihr euch wieder meldet wie euch diese Kurzverkostung diese Wiederholung der letzten Verkostung gefallen hat und ob ich jetzt bei einem von euch die Liebe zum Eiswein wecken konnte so möchte ich euch noch die Weine für die nächste normale Episode verraten kleiner Hinweis die nächste Episode erscheint ja am 9.11. 2019 und das wird wieder eine Interview Episode werden und zwar darf ich da bei mir zu Hause da freue ich mich schon sehr Beata Keschler begrüßen die Ungarin ist und ausgewiesene Expertin für ungarischen Wein und damit natürlich auch für Tokaya und ich habe ich mit ihr bei mir zu Hause verabredet wir werden dann dort zwei Tokaya mit verschiedenen Stils verkosten und das Interview wird dann am 9.11. veröffentlicht die nächste Seminar Episode wird dann am 30.11. 2019 erscheinen und da freue ich mich auch schon sehr drauf werden wir kurz das weite Feld des Sherry anschneiden und zwar werden wir dann dort wieder zwei Weine verkosten und ein ganz guter Einstieg ein ganz grober Überblick was es für Sherry Weine alles gibt denke ich kann man einfach mit einem Fino Sherry und mit einem Oloroso Sherry vermitteln da würde ich jetzt auch gar nicht einen bestimmten Hersteller euch ans Herz legen ihr könnt einfach in jede Weinhandlung oder auch sogar in dem Fall im Lebensmitteleinzelhandel gehen und sagen ich brauche einmal Fino kann auch ein Manzanilla sein was das dann ist dann kommen wir in der Sendung dann drauf und ein Oloroso und dann ist es für unsere Zwecke zunächst mal völlig ausreichend so dann war es das schon wieder mit der 16. Ausgabe von Weinverstehen leicht gemacht ich hoffe ihr hattet heute wieder sehr Spaß mit der etwas längeren und auch etwas persönlicheren Episode und mich würde noch interessieren wie ihr es findet dass ich jetzt bei den einzelnen Episoden oder Kapiteln besser gesagt Bilder hinterlegt habe lasst mich mal wissen ob euch das hilft ob das interessant ist und vor allem ob das eine gewisse Bereicherung ist ansonsten freue ich mich natürlich wie immer über jeglichen Kommentar auf einen der Kanäle E-Mail Facebook Instagram oder auch Twitter oder auch von mir aus einen Anruf habe ich auch immer wieder ganz gerne und dann wünsche ich euch alles Gute vor allem leckere Weine wir hören uns wieder im November bis dahin alles Gute und gewissreiche Grüße aus München euer Florian bis zum nächsten bis zum nächsten Untertitelung des ZDF, 2020